Ich habe die Geduld schon längst verloren. Ich bin richtig sauer, weil wir jetzt seit sechs Jahren im Prinzip die Finanzkrise haben. Die G20-Staaten sagten feierlich im November 2008, jetzt werden wir alle Märkte, alle Produkte, alles werden wir jetzt sauber durchregulieren. Was passiert? Es gibt ein unglaublich komplexes Regelwerk, das immer weiter verdichtet wird an nationalen Regeln, europäischen Regeln und dann internationalen Regeln und niemand blickt mehr durch. Das heißt, mein Eindruck ist, wir haben eine Expertokratie, in der immer so kleines Stückwerk betrieben wird, aber die eigentlichen Hebel, Stichwort Eigenkapital für Banken erhöhen wieder, die werden nicht angefasst, denn das wäre ja auch sehr durchsichtig, transparent. Das würde ja der normale Mensch auch verstehen. Dagegen das, was an Regulierung stattfindet, das versteht schon kein Experte mehr. Also wenn ich wieder mit dem Beispiel Basel III kommen darf, das sind irgendwie 19.000 Seiten Text, es wird niemanden geben, auch keinen Finanzexperten, der das alles durchblickt mit allen Interdependenzen. Und das geht nur für Banken. Basel III ist nicht für Versicherungen, nicht für diesen riesigen Berg der Schattenbanken, also Banken, die keine Banklizenz haben, aber de facto dasselbe Geschäft machen. Und dieser Bereich wächst ja munter seit 2008, nämlich je mehr die Banken reguliert werden, desto mehr Geschäft wird verlagert in den nicht regulierten Bereich. Das ist ja auch völlig normal. Also ich würde mich sehr freuen, wenn wir einfache Regeln bekommen. Ich bin davon überzeugt, dass man in einer komplexen Welt einfache Regeln braucht, weil man sonst der Komplexität überhaupt nicht her wird. Dazu kommt ja auch das berühmte Demokratiedefizit. Wenn wir Regeln schaffen von Experten, die selbst die Experten nicht mehr durchblicken, von den Politikern reden wir jetzt gar nicht. Wie möchten Sie solche Regelwerke überhaupt jemals noch demokratisch legitimieren? Dann sind die Parlamente reine Abnickorgane, die sowieso nicht blicken, was da drin steht. Das hat mit Demokratie gar nichts mehr zu tun. Ich glaube, dass dieses Argument der weltweiten Regelung auch gerne missbraucht wird, so als Totschlag-Argument, um zu sagen, ja, das können wir ja alles nur machen, wenn es überall gilt. Und sonst geht das ja alles überhaupt nicht. Beispiel Finanztransaktionssteuer. Ganz egal, wie man die jetzt findet. Ich möchte da inhaltlich gar nicht einsteigen. Die wird seit 40 Jahren diskutiert und dann sagt eine deutsche Bundeskanzlerin, ja, das möchten wir natürlich haben in Deutschland, aber wenn der Finanzplatz London nicht mitmacht, dann geht das ja nicht, weil dann haben wir ja eine Wettbewerbsverzerrung und Schluss. Also das ist aus meiner Sicht eine vorgeschobene Diskussion. Wenn man wirklich etwas machen will, würde ich dafür plädieren, durchaus auf europäischer Ebene damit anzufangen und auch ohne das Vereinigte Königreich. Die machen ja jetzt auch bei der Bankenunion nicht mit. Es gibt viele Beispiele, bei denen Länder vorgeprescht sind und es war ein Riesenschreierei. Ach, das geht alles nicht und dann können wir unsere Produkte nicht mehr verkaufen. Ich erinnere mich an diese Katalysatoren, Umweltschutz, deutsche Autos mussten Katalysatoren haben. Riesengeschrei, dann können wir kein deutsches Auto mehr im Ausland verkaufen. Das Gesetz kam, die deutsche Autoindustrie hat sich sofort angepasst, hat überall Katalysatoren eingebaut und siehe da, wenige Jahre später war sie sehr weit vorne in der Technologie, weil auf einmal andere Länder sagten, gar keine schlechte Idee, was die Deutschen da machen. Und Umweltschutz ist ja nicht nur für Doofe und auf einmal war Deutschland, die deutsche Autoindustrie, Marktführer. Und so ähnlich stelle ich mir das auch vor bei sinnvollen, intelligenten Finanzmarktregulierung, dass die EU einfach mal was macht, voranschreitet. Die EU ist ja nicht irgend so ein kleines Ländchen. Wir sind schon ein wichtiger Block, Wirtschaftsblock in der Welt und dann wird man ja sehen, ob andere Länder mitmachen oder nicht. Also die Wissenschaft, das ist sicherlich erste Aufgabe von Wissenschaftlern, weil die unabhängig sind, auch finanziell unabhängig. Und die müssten stärker an die Öffentlichkeit dringen, also durchaus auch in den Talkshows, in den Medien präsenter sein, um zu verdeutlichen, dass vieles, was die Politik macht, der verlängerte Arm der Finanzbranche ist. Ich bin auch nie in die Öffentlichkeit gegangen und das muss sich wahrscheinlich ändern. Also die Volkswirte müssen wieder so wie in den 70er Jahren sich sozusagen mit dem einfachen Volk, wie es dann so abschätzig heißt, zusammensetzen und sagen, hier, das sind unsere Probleme und das müssen wir jetzt mal lösen. Und nicht so immer im Elfenbeinturm sitzen und sagen, ach ja, das, was da unten ist, das ist ja viel zu unterkomplex, wir haben ja hier so schwierige Modelle zu lösen und so weiter. Also es ist eine Ringschuld, ganz sicher. Also es ist eine Ringschuld, ganz sicher.